Wir sind jetzt bei der Firma Bösch gelandet. Wir sind jetzt hier an einem Eck, wo man eigentlich ein Weitwinkelobjektiv bräuchte, wenn ich das so richtig sehe, weil wir hier eine Kombination aus mehreren großen Elementen haben. Neben mir steht Stefan Bosch von der Firma Bösch und der wird uns jetzt einmal zeigen, was wir hier überhaupt alles sehen. Stefan, fangen wir hier an. Was ist das? Herzlichen Dank für die Einladung, für den Besuch vorneweg. Wir erkennen seit Längerem den Trend im Gas-Brennwertbereich, im größeren Leistungsbereich hin zu Standkesseln, weg von der Wand. Und dementsprechend haben wir uns hier auch im Produktportfolio aufgestellt. Und wir sehen hier nun unsere sogenannte VMAX-Familie. Das sind Gas-Brennwertkessel, die wir von 8 kW modulierend bis 900 kW in einer Kaskadenschaltung anbieten können und hier entsprechend dem Markttrend hin zu den bodenstehenden Kesseln Sorge tragen. Und ein spezielles Augenmerk beim Kessel ist, dass der Wärmetauscher komplett aus Edelstahl hier gefertigt wurde. Ein größerer Leistungsbereich, 8 kW bis 900 kW, das ist eine ordentliche Spreizung. Also da kommt man ordentlich weit hinauf. 900 kW, was sind das beispielsweise für Projekte? Das sind Projekte in der Hotellerie, wo wir entsprechend dann auch einen Warmwasserbedarf vorfinden. Das sind dann Wellnessbereiche als Beispiel. Aber auch in der Industrie kommt es immer wieder vor, dass man teilweise auch für Prozesswärme dann auch solche Leistungen vorfindet. Jetzt ist Gas-Brennwert ja jetzt nichts Neues. Es ist ein sicheres Geschäft momentan in Österreich, wenn man sich die Zahlen anschaut. Aber ihr habt das noch mit etwas anderem kombiniert. Also ich glaube, das ist diese große Frischwasserstation da drüben. Richtig, ja. Dann wandern wir. Gut, das ist also der Klassiker, der Gas-Brennwertkessel. Was ist das hier? Also wir sehen hier eine Kombination. Das System ergänzt den Gas-Brennwertkessel sozusagen mit einem Systempufferspeicher, den wir in vier verschiedenen Größen von 800 Liter bis 1800 Liter anbieten. Und die Besonderheit dieses Systempuffers sind die sogenannten thermohydraulischen Weichen, die entsprechend eine zentimetergenaue Schichtung im Speicher auch gewährleisten. Und kombiniert zu diesem Speicher sehen wir hier unsere Aqua Premium Frischwasserstation, die wir in verschiedenen Schüttleistungen für eine hygienische Brauchwasserbereitung hier mit anbieten können. Wir haben den Trend gesehen, dass wir speziell bei Gaskesseln auch im größeren Leistungsbereich die Frischwasserthematik immer häufiger antreffen. Aber auch im Wärmepumpenbereich haben wir die Möglichkeit bis 50 kW oder anders gesagt bis 8 Kubikmeter Volumenstrom hier entsprechend die Schichtung zu gewährleisten und den Brauchwasserbedarf hygienisch zu gewährleisten. Das heißt, das ist hier wirklich jetzt irgendwie so ein bisschen ein Großanlagenmodul-System, wo eben auch Wärmepumpen angeschlossen werden können. Sehen wir die auch hier irgendwo oder müsste man da weit gehen? Korrekt, die Wärmepumpen hätten wir auch auf der anderen Seite. Wenn wir hier uns ums Eck bewegen, dann können wir auch die Wärmepumpen anschauen. Dann schauen wir weiter. Gut, also der Wandertag ist vorbei. Jetzt versprochen, wir bleiben hier für einen Moment stehen. Jetzt sind wir bei der Wärmepumpe. Was gibt es bei der Wärmepumpe Neues? Richtig, wir haben hier passend zu dem System, das wir vorher im großen Leistungsbereich gesehen haben, haben wir hier auch noch einmal das kleine Leistungssystem, wo wir einen Systempuffer mit der Wärmepumpe verbinden bis 4 Kubikmeter und einem Edelstahlrohrwendel für ebenfalls eine hygienische Brauchwasserbereitung. Und die Wärmepumpen bis 50 kW, die wir auch im Luftbereich anbieten, können wir mit dem neuen PSE-Speicher eben auch bis 8 Kubikmeter anbieten und dann eine entsprechende Frischwassersirkulation ermöglichen. Armin, hast du dir alles gemerkt? Ja, ich bin noch voll im Bild. Das sind jetzt wirklich auch Systeme für Großanlagen. Jetzt bist du, hast du gesagt, jetzt nicht mehr in der Montage tätig, sondern im Büro. Was für Anlagen planst du da im Büro? Momentan haben wir auch wieder Großprojekte, große Sanierungsarbeiten oder Krankenhaus, was wir zum Beispiel gerade bauen. Da haben wir auch Wärmepumpen verbaut. Und es sind schon wieder brutal viele Hotellerie, wo eben eigentlich so Großsysteme wirklich zum Einsatz kommen. Für das sind sie ja geschaffen. Und was ist da die große Herausforderung bei den Großsystemen? Also was ist der Knackpunkt, um den es geht, um die richtig aufsetzen zu können? Ja, so wichtig bei Großanlagen ist dann die ganze Hydraulik. Dass das ganze System auch noch wirklich so funktioniert, wie es auch der Hersteller und wie es auch der Nutzer dann verlangt. Und dass wirklich das gewährleistet wird, dass die Leistung noch ankommt, wo wir sie brauchen. Wie unterstützt ihr das, wenn ihr das alles aus einer Hand anbietet? Also wir unterstützen den Anlagenbauer hier wirklich im Detail, auch in der Projektierung. Wir erstellen hier anlagenspezifische Schemen. Wir haben hier eine eigene Systemtechnikabteilung, die sich wirklich mit den Kundenanforderungen entsprechend auseinandersetzt. Und das Schema erstellt, sowohl hydraulisch wie auch elektrisch. Wir nennen das bei uns das sogenannte Systemschema, wo wir auch die elektrischen Komponenten dann auf den vorhandenen Regler dann entsprechend darstellen in Form eines Elektroschemas. Und damit wirklich den Handwerker auf der Baustelle hier mit unserem Know-how unterstützen. Und im After-Sales können wir natürlich auf 230 Kundendiensttechniker verweisen, die wir österreichweit regional im Einsatz haben. Und sind somit im Störfall oder bei der Wartung natürlich immer im Hintergrund für den Anlagenbauer da. Gut, herzlichen Dank. Danke für diesen Überblick über die Großsysteme und die modularen Großsysteme von Bösch. Gut, herzlichen Dank.